Hey Leute, ich spiele Monster Online, ich hab offline, ja, hey, komische Kraft an meiner Hand, ge-target, ja, will ich fragen, ich hab's einfach gemacht, weil ich's kann, was erwartet mich denn da? Oh, das wird mich da erwarten, ne, guck mal, was hat die jetzt für ne Rüstungal, der hat meine Rüstungal, der ist da traurig, der macht meine Schuhe an, zieht die aus? Na ja, gut, dann schau mal, die Gift Das nehm ich jetzt einfach mal mit Das auch, so, 10, muss ich wieder irgendwas, 10 mal, töten, ach, was denn er sein wird Irgendwas kleines, mir naturartiges, vielleicht kotzen, kotzen, kotzen Wie geht's? Wie geht's? Hä? Was? Hä? Was sind das für Viecher? Da drüben sind noch mehr Ja, weiß was jetzt, wie geht denn meine Katze? Ich hab mich wieder mit den Fremden Ja, ausgült Aufhämm Was? Da drüben sind wir Wir haben Das ist Wir haben Wir haben Wir haben Wir haben Wow, die tun da richtig weh. Das lassen die fein. So blöd frägt. Mit einem Netzstein. Ganz toll. Hm. Schauen wir mal auf die drei. Jetzt greifen wir an drei Stück. Gruselig. Was ist denn das? Was ist denn das? Das sind auch Katzen. Zehn auch irgendwie nötig dazu. Ja, irgendwie ziehen die auch mit dazu. Was lassen die denn fein? Das ist gruselig. Schleifsteine auch. Wann lassen die Schleifsteine fallen? Ich kann bloß eine Schleifsteinhandlung aufmachen. Jetzt waren es gerade mal zwei. Jetzt habe ich insgesamt fünf. Jetzt waren noch fünf von den... Boah, das ist ja mega anstrengend. Da ist was neu. Ich sehe das gerade. Oh Gott. Okay, sechs. Die Schlümpfe eh sind los. Sieben. Ich sehe das Schwede. Wiederschleifstein. Ganz toll. Das ist noch drei. Nehmen wir jetzt einfach mal so hin wie es ist, oder? Das ist komisch. Huch. Neun. Neun. Was ist denn? Das ist ein Bruder, so. Solche Küsts. Nein. Nein, nein. Danke. Ich sag dazu nichts mehr. Das ist ja richtig... keine Ahnung... peinlich? Ich verstehe bloß blöde Ecke rum. Ich lange gerade am Kopf und frage mich, was das soll. Naja, dann muss ich einfach mal so hin, bis es ist und dann ist gut. Ach, ich muss doch gleich noch mal los. Das war jetzt schon mal nicht das eigentlich, was ich machen muss. Ich wieder irgendwas sammeln. Ich versammel das nicht und dann ist es wahrscheinlich auch schon Ende hier. Da bin ich wahrscheinlich Rang 2, wenn ich das alles habe. Und dann kommen wir neue Quests. Auf dem anderen Tor oder so. Jetzt hat sich wieder die blaue Rüstung an. Schaut aber nicht schlecht aus. Oh, jetzt muss ich was größeres töten, endlich mal. Was ist denn das? Irgendwas zum Einfrieren. Sehr interessant. 99 kann ich davon mitnehmen. Insgesamt. Okay, das ist jetzt hier. Da lasse ich mal auf die 5. Ja, mehr kann ich nicht mitnehmen, oder? Ich würde ja gerne mehr mitnehmen. Aber es funktioniert irgendwie. Ja gut. Ich werde ja gleich mal auf die 2 gehen. Warte mal schauen, wie ich hier ein wenig Schock frühen kann. Scheiße, das ist gefrost gerade. Warte mal so ein bisschen in der Richtung. Das hier ist nichts los. Hier höre ich auch nichts grunzen. Äh, muss ich das jetzt da reinschmeißen? 10 Leute, dass ich das suche. 5. 4. 5. 4. 5. 5. 6. 6. 5. 6. 2 ein Blitzel 3 was er bringen soll auf jeden Fall bin ich glaube ich 27 gut Katzen kann ich mit Wasser verzeuchen auch ja ok hinnehmen einfach nur hinnehmen der Rest ist alles gut dafür kriege ich 2.000 Frauen und äh ich dachte ich müsste irgendwas töten oder irgendwas oder weiß was das muss ich den hier anlauern der Nachbirt der Nachbirt lacht das ist was höchste neue Tränke das ist schön mhm das ist ein wenig doof gemacht das sind ja mal 10 auf einmal alles herstellen und die Tränke ist doof die Tränke habe ich denn überhaupt 7 ja genug 100 124 plus 15 warum war ich da plus 15 aber wo sind die gesperrt hier die nicht ah verstehe ich das hm ist mir doch egal so 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 das doch das und Interessant. Oh, noch interessanter. Also was Rotes. Wahrscheinlich Feuerspalt. Du nur Gegengift mitkriegst. Okay. Gut. Perfekt. Perfekt. Bin ich ja eigentlich gut gewappnet mit meinem Wasserschwert. Gehe ich ja den. Da hinten müsste es sein. Das ist eigentlich nur ein wenig größerer Checky wahrscheinlich. Scheiße. Da wo du bist. Jetzt hab ich dich. Das will ich jetzt Gegengift. Das ist aber echt. Willkott. Sondern nicht schwer. Das ist eine große Haltkastung. So lange fliegen ich auf die Beine, was du hast. Wohin hat vieles. Wohin. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was sind das für flache Pfeifen? Flache Pfeifen! Hey, willst du abhaulen? Da wär ich da baulen. Das ist ein Feigling. Ida hat's gesehen. Wo ist er, da ist er? Äh, war's das schon? Das war ja echt herausfordernd. Das war ja ein Witz. Von dem werd ich die 10 hier jetzt 100 pro kriegen. Ja. Ja, sowas in der Richtung hab ich mir schon gedacht. Ah, falsche Taste. Ja, das ist der rote Fell und alles. Den muss ich dann auch wegen privat jagen. Da brauch ich nämlich auch wegen noch Shit von dem Kerl. Ja. 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 Oh ja, da krieg ich die Zähne von dem Kerl. Das ist natürlich perfekt für eine neue Waffe. Da sind alle was drin, Weil ich glaube, es "- Alter." Shuuu... Germanysalry W Versukommen Hier! Besteht wieder aus Anquatschen, Anquatschen, Anquatschen. Huch! Was ist denn? Was ist denn was? Oh, ich würde es gleich herausfinden. Jupp, ich würde es gleich herausfinden. Och, nee. Ich sage nichts dazu, oder? Aha, Samen. Wollen wir es in die Box wieder zurück bringen? Gut, bringen wir es in die Box zurück. Ich tue es. Bring es in die Box zurück, jawohl. Oh, nee. Und ich kann irgendwas antweckern wieder. Und das ist im Wald. Das ist jetzt also nicht so schrecklich schlimm. Gehen wir mal einen alten Weg. Hübsch. Aber das waren die ersten Monster an der Aufnahme. Ne, 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 ne. Okay. Geh das. Also das war nett. Ich muss hier mal sammeln. Oh, was schaffe ich das für? Jupp. Du kannst dich mit denen auseinandersetzen. Ich will noch mal wo. Ich such keinen Streit. Wird schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig. Geh das noch. Oh, super. Das Gebiet einfach da hinten ist ja noch ein größer Ah, ich seh sie glaub ich schon Ich sah mich hier doch wohl Und dann da Auf die hab ich jetzt echt keinen Bock Das wird jetzt auch echt Das wird jetzt auch Zu lang dauern Natürlich die Folge hier nur überziehen wie sonst du wirst Ja stimmt Das ist meine Mission Sammel das auf Töte nicht die Viecher Sammel das einfach Mach ich So, bitte Für 3,24 krieg ich grad mal Bronze Du lachst Du hast es gewusst Für 3 komische Wunderlampen Das geh ich da mal leben Du wälzt dich da raus Die kriegen nur 50 Erfahrungspunkt Das ist ja 3 Hausen und Und für 3 Weidekörbe Irgendwas töten Irgendwas töten Irgendwas töten Schauen wir mal auf die Uhr Es ist 27 Ja Das machen wir doch würde ich sagen Das eine, weil es ganz schnell beendet Sehr sammellastig Es ist sehr sammellastig jetzt geworden Die Missionen So das Gefühl Aber die anderen waren eher mehr kampflastig Jetzt ist es halt mal sammellastig Ja, jetzt ist wieder ein Kampf ausgebrochen Dann wieder 1,2,3 mal nichts Und wieder ein Kampf So Geh ich ja Sowas Okay Boah, jetzt sein muss So Du wechselst da auch die Klamotten unter Der Rüstung irgendwie sonst was So Also Zweimal Trecker, das was ich brauche Weil der wird relativ schnell abhauen Weil der wird relativ schnell abhauen Jetzt bin ich wieder satt und voll und gut gegessen Und ernährt und Hast du den gesehen? So Boah, der wird eigentlich auch Ja, gehen wir gleich auf das 7 Das sind die kleineren Die sind jetzt erstmal nicht so wichtig Da ist der größere Da ist der größere Ah, die Klappe Oh, welche Stärke ist dazu gekommen? Und wo? Ago Oh 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Hey, da ist mal eine Freude-Druhe. Oh! Ah, wie oft ist das in den Pfadde? Ich glaube, wenn ich da herkomme... Ich glaube... Ich glaube... Das ist ein Blutdorf. Oh, das ist ein Blutdorf! Ach so, die schocken wir denn so. Ich zaube wieder ab. Das ist feige etwas. Aber wir sind so auf warmes Gebiet. Hätte ich nur noch ne Minute. Pwaa. Ich komm hier. Hey Feigeling! Oh, das ist meine Chance. Doch, halt. Ah. Wieso habe ich ihn jetzt so bestellt? Ich bin ein Freund für ihn wahrscheinlich. Boah. Das war gut. Ich bin ein Freund von ihm. Ich bin ein Freund von ihm. Oh, nein. Ah, toll. Ah, scheiße. Verpasst. Naja, was soll's. Oh, meine Katze ist level 24. Ja, geht auch. Ist auch akzeptable. Oh, ihr habt einen Kopf gesammelt. Das ist dann schon der zweite Kopf eines Monsters, was ich hab. Das ist sehr gut. Okay, ich lass mal schauen, was das ist. Ich tippe mal auf, was zu essen oder sowas. Mobiles Essen und übrigens so die Richtung. Oh, meine Quest. Die ist Lady. Gibt mir auch wieder drei Zucken. Ach, turnst also, jetzt wird's echt langsam. Das ist, jetzt ist was, wo ich raus muss. Ach, jetzt. Ei. Ich wollte auch mal was gucken. Na ja, guck ich dann später. Gut, wenn ich jetzt das Quest machen muss, wie wir uns sammeln, dann guck ich. Gleich. Gleich, oder? Das... Ah, doch. Ich weiß nicht, ob wir uns... Für 800 ist das kein Monster. Das können wir vergessen. Für 800 ist das maximal zehn kleine Jackies oder irgendwie sowas. So, ich gucke mal, ich will, ich will nämlich was müssen. Ich weiß nicht, ob wir eine Waffe zwangsweise haben. Ah, wann liefst du eigentlich die? Jetzt brauche ich das da. Ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. Oder darstellen soll. Das brauche ich eigentlich für jede Waffe. Schwierig. Schaut nämlich cool aus, muss man echt sagen. Schaut so affig aus. Das schaut aber alles besser aus, wenn man echt mal frecht. Ein bisschen komisch. Ganz ehrlich. Unter Waffenweiterentwicklung brauche ich wieder solche... Brauche ich die Pinsel da. Das war natürlich sehr schön. Ja, die Zähne könnte ich von denen kriegen. Könnte ich nämlich die schmieden. Oder die. Deswegen ist es in so einem höheren Schadensbereich. Und hier brauche ich die weißen, aber... Die habe ich auch nicht. Und die hier. Die Stifte wieder. Schwierig. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Ich habe es einmal gefunden, wie ich schmieden. So etwas herkriegen könnte. Vielleicht einen anderen Teil von der Stadt oder so. Ich werde dann mal schauen. Jetzt werde ich jetzt mal gucken, was das hier ist. Was so mobil ist, also ist es mal nicht. Ja. Dann lage ich es ein und... Dann lasse ich es einfach so nicht mobil sein. Hm. Ich habe gedacht, ich hätte sowas zum Essen oder bevor man die Mission macht. So etwas kostenlos zum Anfördern oder sowas. Aber... Aber hier wird es auch schon langsam. Ich habe zwar vier solche Stifte. Aber ich brauche wahrscheinlich grüne und randerte Stifte. Irgendwie so. Ob es das überhaupt gibt. Das ist die nächste Frage. Ich könnte ja mal... Wenn ich hier so einen Online-Markt... Also es gibt es hier rüber... Also einen Markt eigentlich. Wo auch Items angeboten werden. So einen Gold-Markt. Wo es mit Zennys handelt und so einem Dreck. So etwas habe ich hier neu gefunden. Ah. Auf jeden Fall nicht sichtbar. Komm mal rein. Mal schauen. Irgendwann eröffnet sich das schon. Naja. Bis dahin wünsche ich euch was. Tschüss.